Gibt es gut und doch erschwingliche Bluetooth-Sportohrhörer? Ihr sagt nein? Nun, ich sag ja. In diesem Sinne, willkommen alle zusammen. Heute werden wir einen Blick auf die Lopu BTR04 Ohrhörer werfen, welche so entworfen worden sind, dass sie beim Sport auch nicht aus den Ohren fallen. Jedoch unterscheiden sich diese ein wenig vom Rest am Markt. Zurzeit sind sie zu einem ordentlichen Preis von rund 30 Euro erhältlich. Nicht schlecht, oder? Aber bieten sie dann auch was? Dann kann Lopu fürs Zuschicken dieses Produkts, damit ich es mir genau ansehen kann. Also zuallererst in der Verpackung befinden sich die Ohrhörer selbst, drei Paar untereinander austauschbare Ohrstöpsel in verschiedenen Größen, ein Micro-USB-Ladekabel, ein schickes weiches Tragetäschchen sowie die Anleitung. Nun die Specs. Dieses Headset verbindet via Bluetooth 4.1, CSR 8645 Bluetooth Chipsets und jetzt festgehalten Abt-X-Audio-Codec. CVC 6.0 Geräuschreduktion, Gewicht 20 Gramm. Also am Papier sieht das schon einmal sehr vielversprechend aus, aber wie sieht es da in der Praxis aus? Was mir gleich ins Auge gestochen ist, ist die Tatsache, dass die Verarbeitungsqualität recht solide ist, mit flexiblem, hochwertigem Kunststoff, der hier zum Einsatz kommt auf den Ohrhäckchen und das Ohrhörer-Gehäuse an sich ist aus Metall. Richtig schön, muss ich ehrlich sagen. Also rein von der Ästhetik und Verarbeitungsqualität her hat mich das Headset sofort überzeugen können. Das verwendete Kabel hier, das beide Ohrstöcke verbindet, ist ein wenig dicker als bei vielen anderen Produkten dieser Art, das ist also immer etwas Positives. Die Ohrhaken stellen meiner Meinung nach eine tolle Ergänzung für die Ohrhörer dar, da Lopo immerhin als Zielgruppe Sportler ansprechen möchte, die gerne Musik hören und zwar kabellos. Der Inline-Controller verfügt über drei Knöpfe, mit denen man die Lautstärke verstellen kann, zum nächsten oder vorherigen Lead wechseln kann und natürlich in der Mitte der Multifunktionsknopf, der als Power-1-Aus sowohl als auch als Kopplungsknopf fungiert. Am Controller gibt es auch eine kleine LED-Anzeige, sowohl als auch ein Mikrofon auf der gegenüberliegenden Seite, also man kann auch telefonieren. Um die Ohrhörer aufzuladen, gibt es eine Abdeckung am Controller. Dahinter verbirgt sich der Micro-USB-Ladeanschluss. Laut Lopo soll es ein bis zwei Stunden dauern, bis der Akku voll ist. Musik hören kann man non-stop sechs Stunden lang und 180 Stunden werden für die Standby-Zeit angegeben. Das Koppeln der Ohrhörer mit meinem Handy, das mit Android 6.0 läuft, klappt reibungslos, wie ihr sehen könnt. Außerdem für diejenigen, die sich fragen, ja, iOS-Geräte und eigentlich Allgemeingeräte, die Bluetooth unterstützen, können mit dem Produkt verbunden werden. Jetzt aber zu einer weiteren wichtigen Frage, wie steht es mit dem Komfort in den Ohren und kann man wirklich Sport und Co. damit treiben? Kurze Antwort, ja, absolut. Obwohl ich meist meine Problemchen mit In-Ears habe, sie fallen mir meist leicht aus den Ohren, auch wenn ich wie ein Baum still dastehe. Mit diesen hier allerdings habe ich keine Schwierigkeiten gehabt. Ich konnte intensiven Workout und eigenartigen vor allem machen. Ob man das Workout nennen kann, keine Ahnung, was ich mache, aber egal, Punkt ist, sie fallen mir nicht aus den Ohren, insbesondere dank der Haken. Was die Soundqualität betrifft, ohne irgendwelche Änderungen in den Equalizer-Einstellungen vorzunehmen, klingen sie ordentlich, völlig ausreichend. Für meinen Geschmack haben die Mitten aber ein wenig trüb geklungen, je nach Song, und die Höhen waren ein wenig zu hervorstechend. Was ich aber sofort herausgehört habe, ist, dass diese Ohrhörer wahres Potenzial in sich haben. Deswegen bin ich dann auch gleich zu den Equalizer-Einstellungen in meinem Handy übergegangen und BOOM! Mir ist es gelungen, richtig gute Soundqualität zu erzielen. Sogar meine 45 Euro Sennheiser-Kopfhörer, die ich sonst so für unterwegs verwende, wurden geschlagen. Mit den hier gezeigten Einstellungen klingen die BTR-04 richtig, richtig gut. Selbstverständlich Spitzenklasse ist dies keinesfalls. Ich kann aber auch nicht Qualität wie bei meinen Bayer Dynamic DT-77ern erwarten. Ganz andere Preisklasse. Ordentlicher Bass ist ebenfalls vorhanden. Für 30 Euro bin ich sehr zufrieden mit der ganzen Klangcharakteristik. Dank dem UptX-Codec ist auch die Latenz erheblich niedriger als bei den meisten anderen Bluetooth-Headsets, was in einfachen Worten heißt, das Handy und die Ohrhörer kommunizieren viel schneller miteinander und auch höhere Wiedergabequalität wird erzielt. Also ein Wunder ist es nicht, dass ich diese Lopu BTR-04-Bluetooth-Ohrhörer definitiv empfehlen kann. Absolute Perfektion würde heißen, wenn sie gleich ab Werk perfekt klingen würden, ohne EQ-Einstellungen dazu holen zu müssen. Aber nichtsdestotrotz vergebe ich hier meine solide Selva-Auszeichnung. Kein Zweifel. Danke sehr fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.